Katze! Hast den richtigen Kronen drin, Katze! Na hier, die Katze vom Gonzales! Was? Ha! Schussblatt! Oh, ich hab gerade lext, Alter! Oh, ich hab echt lext, Alter! Das war echt grad echt nicht schön! Ich weiß auch nicht, warum ich den Tariq fokuse! Aber er ist tot! Nicht tot! Er ist nicht tot! Ha! Hahaha! Die war gestand! Vogelaboden! Vogelaboden! Er ist immer noch nicht tot! Er ist immer noch nicht tot! Vogelaboden! Er ist tot! Hahaha! Ich wollte den jetzt so unverdeckt haben! Diesen scheiß Tag! Ich Junge! Der hat sich jetzt hingeflasht! Ich lebe immer noch! Nein! Echt jetzt! Aber vor allen Dingen, ich glaub der TF, der geht AD! Echt jetzt! Du hast mir grad das Heim weggenommen, gell? Wo? Bin ich durchgelaufen? Ja! Alter, echt jetzt! Leute, ey, das ist jetzt langsam echt nicht mehr witzig! Das ist doch jetzt nicht euer Ernst! Jeder klaut mir jetzt hier die Scheiße hier oder was! Ich mach euch alle mit Normal-Hits! Ich mach euch alle mit Normal-Hits! Oh! Oh! Echt jetzt! Neul, hab ich da jetzt noch gesisst bekommen? Komm schon, Freunde! Na ja! Wie kann das sein, dass ich so jemanden töte? Ich krieg dich einfach nur Karte, die bist du auch noch nicht völlig! Ich komm nicht an die Sache! Ich bin endlich gestorben! Aber ich krieg noch einen Haufen, ist das... Ich hab 4000 Gold! Instant Rabadons! Schon wieder! Ich bin halt der fucking Artie Carry, ne? Die killt mich halt immer mit dem Scheiß! Ja! Das wird jetzt mir noch fünfmal passieren! Ey, ich mach wirklich nur nicht so viel Schaden! Oh, die Hammer! Die ist sowas von da eingekriegt! Ja! Hilfe! Ich muss beim Team bleiben! Hilfe! Ich muss beim Team bleiben! Die Evelyn will nicht unbedingt da haben! Ja, dann bleibt irgendwie bei mir! Oh! 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 Er geht nicht tot! Er geht nicht tot! Stopp! Der Fresh hat ihn gekriegt, ernsthaft! Oh! Da hat die Evelyn, die Evelyn! Hi! Ja, die hatte ich jetzt! Oh! Du bist nicht tot! Du bist nicht tot! Oh! Oh! Perfekt! War das gut oder war das gut? Vogel! Vogel am Boden! Vogel am Boden, Freunde! Vogel am Boden! Die schaffen es einfach nicht, mich zu töten! Oh! Verdammt! Jetzt hat es mich! Jetzt hat es mich! Oh! 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 Was für ein Crit, alter! Ja! Oh! Solche Dinger mache ich halt nicht, ne? Das ist halt scheiße! Das ist so hart, der Tarek! Der Tarek, alter! Ha! Trinity Force Warbox! VG Schwert und du klopst alles! Gut! Hm! Alles klar, ne? Was? Trinity Force Warbox! Ha! Das ist halt echt geil! Das neue Fresh-Build, alter! Was? Oh Gott! Ha! Ei! Ha! Ha! Bitch! Ah! Ich hab die Evelynn überlebt! Jetzt überlebe ich alles! Jetzt überlebe ich alles! Oh! Mein Gott, die Jender-Focus halt auch nur wirklich niemand! Er steht einfach da und rekt! Diese Vixser ist einfach so viel! Ja! recht ich hoffe dass sie jetzt ein bisschen von mir ablassen ja da kommt man jetzt mal raus hier obwohl das so könnte ich habe das halt nicht mit ihren ulti ich kenne die halt noch einfach viel zu wenig ich hab die ganze zeit gedacht was was ist denn jetzt und der prescher zack dann nehm ich sie halt das ist echt lächerlich alter mit dir habe ich noch rufen meine liebe sony aus ja ich hab's nicht jetzt tötet ihn ich gehe schon extra weg weil ich dachte der ist tot das habe ich halt auch gedacht ja jetzt hat jeder gedacht gerade gefistet einfach nur aber echt jetzt aber ich habe einen nein die idee will den kommt beschützt mich oh gott und der i und der ii wenn der einmal gestand ist geht ihr den stand für die eveline auf der frisch der macht halt einfach mal den tower ja das haben wir warte ab jetzt kommen wir da ist die eveline jetzt die ich habe jetzt Manah Oh die haben sich getötet Oh ich hab extra noch einen So, Mails, komm, mach weiter Mach den Tower Die können uns nichts anhaben, mach einfach den Tower Oh Gott, die Evelyn kommt Mach den Tower Dann Junge Mach den Storn, Mödi Na lol, jetzt Jetzt brauchst du doch nicht mehr einen Ja wieso? Zeit rausschinken Alles wegen Zeit rausschinken Müssen wir das jetzt zu dritt machen, gell? Was, sind die jetzt verreckt oder wie? Ja Warum? Was? Ich kann nichts machen gegen ihn Einfach unglaublich Sind die gerade alle gestorben oder was? Ja, ich kann nichts machen gegen ihn Hast du doch gesehen Er hat mich raten, hat einen Schlag gemacht Ich war schon weg, Alter Vor allem, der hat auch genauso wie ich Der hat nur Der hat 50% gekriegt oder so Diese Anivia-Plays, Junge Ja, jetzt habt ihr das an Der TF, der macht auch nichts Nein Der hat mich jetzt nicht mit seinem Ulti bekommen Der hat geflasht Der hat geflasht Ich wusste nicht, ob ich auch flashen muss Mach wenigstens die Nein Ah, er hat den Ah, er hat den Ja, die hat den Pass auf, da kommt die Eve Der kommt die Eve Rechts unten Könnt ihr sie kommen? Sehr gut Das war das einzige Übel Das war wirklich das einzige Übel Das war wirklich das einzige Übel Du machst dem mehr Schaden als ich, weil der Der hat nur auf der Rüstung Und wir haben es jetzt geschafft Sehr gut Ich habe jetzt fast gedacht, wir verlieren Easy Aber diesmal habe ich mich Diesmal habe ich mich Diesmal habe ich mich endlich genug Weit genug hinten aufgehalten, weißt du Direkt neben dem, der Stunt Oh, der Yi ist wieder da Der rasiert jetzt durch Er kommt nicht vorbei Sehr gut Ja Ah